UN-Klimakonferenzen finden seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr statt. Warum ist die COP21-Konferenz dieses Jahr in Paris so ein wichtiges Treffen? Es ist so ein wichtiges Treffen dieses Jahr in Paris, weil es ist eine wichtige Chance, dass die ganze Welt jetzt mitmacht für eine verbindliche internationale Abkommen und dass das ein klare Signal schickt an die Welt, dass wir einen Wendepunkt haben, dass weiter wird Klimaschutz ein Zentralpunkt für jedes Land. Im Best-Case-Szenario, was wird ein internationales Klimaschutzabkommen von 2015 für den Kampf gegen den Klimawandel bedeuten? Ich glaube, das würde bedeuten, dass jedes Land und hauptsächlich die großen Länder, groß emittierende Länder, dass sie sich verpflichten, ihre Emissionen zu reduzieren, dass sie sich verpflichten, mehr erneuerbare Energie und Energieeffizienz zu benutzen und dass sie verpflichten, dass sie das jede fünf Jahre anspruchsvoller machen, dass das in ein Abkommen kommt mit einer Architektur, wo es Klarheit gibt, was sie machen und wo sie darüber berichten müssen. Was wird sich ein mögliches Abkommen auf die Wirtschaft in den USA auswirken? Ich glaube, dieses Abkommen bringt viele Chancen für Unternehmen, die Exportmöglichkeiten suchen in erneuerbaren, energieeffizienten Umwelttechnologien. Es wird auch bedeuten, dass Unternehmen in den USA auch auf die nationale Ebene viel Innovationskraft davor setzen können und dass sie auch ihre nationalen Emissionen reduzieren müssen. Und was passiert, wenn wir in Paris keine Einigung erzielen werden? Ja, es wird ein sehr trauriger Tag, wenn es keine Einigung gibt. Die Auswirkungen finden jetzt statt und kosten wahnsinnig viel Geld und es würde heißen, dass die Welt sich nicht einigen kann, über zusammenzuarbeiten in einem von diesen kritischen, kritischen Themen. Und alle Länder, Industriestaaten genauso wie Schwellen- und Entwicklungsländer, müssen sich zur Reduktion von Emissionen verpflichten. Warum ist dabei die Führungsrolle der USA so wichtig? Ja, die USA ist die zweitgrößte emittierendes Land der Welt, war vor kurzem der größte. Das heißt, wenn die USA nichts macht, dann kommt das Argument, warum sollen wir andere Land was machen. Die USA hat viel ökonomische Kraft, es hat viel Innovation und es ist sehr wichtig als historisches emittierendes Land, dass es zeigt, es geht voran. Sonst würden alle Länder oder viele Länder dahinter sich stecken. Welche Rolle wird die vor kurzem erzielte gemeinsame Erklärung der USA und Chinas zum Klimawandel bei den anstehenden Verhandlungen spielen? Dieses Abkommen zwischen USA und China war historisch. Also, dass diese beide, die Nummer eins, Nummer zwei emittierende Länder zusammenarbeiten und sich Verpflichtungen, ihre Emissionen zu reduzieren, glaube ich, bringt Inspiration für andere Länder. Und dass sie zusammenarbeiten und nicht dagegen kämpfen, ist für Paris hoch wichtig. Und meine letzte Frage. 2015, ist das ein Endziel oder ein Anfangspunkt? Hoffentlich ist 2015 ein Wendepunkt. Es muss weitergehen. Und Paris ist ein wichtiger Moment und danach geht es richtig los.